Hallo Leute, recht herzlich willkommen auf dem Kanal Asreiter. Wir sind in einem neuen Let's Play und zwar geht es um Dwarf Fortress. Die Entwickler haben das auf Steam gestellt mit einem grafischen Oberfläche und wir werden schauen, wie es hier jetzt aussieht. Ich habe das Projekt ja schon zweimal auf meinem Kanal gehabt mit dem Phobios Grafikpack und habe das da schon gespielt. Mal sehen, wie es aussieht. Das Interface soll anders sein. Wir gucken nach dem Intro, wie es dann aussieht, kreieren die Welt und schauen mal, wie wir weiterkommen. Dann würde ich sagen, bis gleich. So, dann klicken wir auf Create World. Welcome to Dwarf Fortress. Ihr könnt euch das alle durchlesen. Ich denke mal, das brauche ich jetzt nicht. Wir sind mit der Welt unterwegs. Machen die auf Medium. Wir machen 100 Jahre. Number of civilizations Medium. Maximum number of sights lassen wir auch auf Medium. Number of beast lassen wir auch so. Natural savagery lassen wir auch so. Manchmal, of course, everywhere. Nö, wir machen Spares. Wenn, dann müssen wir ein bisschen suchen und createn die World dann, oder? Und Helmut Mots back to... Die createn wir erstmal. Ja, schauen wir mal. Jetzt werden hier die ganzen Monster und sowas berechnet, die da vor Jahrhunderten schon da waren und die sich gegenseitig geschlagen haben. Ganze Städte entwickelt worden sind, ausgeraubt worden sind, etc. und so fort. Das ist ja eine Wahnsinnsgeschichte hier in dem Spiel, ne? Gut, wie... Das hier sieht ja schon mal richtig schick aus, finde ich. So eine Landkarte mag ich total gerne. Jetzt wird alles gesetzt. Ihr seht, wie Straßen und Städte hier gerade kreiert werden. Sieht richtig cool aus. Das gefällt mir schon mal. Ja, das macht einen schicken Eindruck. Unten haben wir früher Wüste gehabt und oben hatten wir Eis. Kann ich die Karte bewegen, schieben? Geht's was mit hier? Nö. Rechtsklick, linksklick. Nö. WSD, nö. Ah, mit WSD geht's jetzt, nachdem er fertig ist. Okay. Äh, ja. To center preserve WSD or hold drag the middle mouse. Habe ich nicht eine Mittelmaus. Das ist schlecht für mich, ne? Ne, geht leider nicht. Ich muss dann die WSD-Tasten nehmen. Ist aber nicht schlimm. Hier oben ist jetzt tatsächlich keine Wüste, äh, kein Eis. Und dann, das wird wahrscheinlich dann unten sein. So sieht's aus. Die Karte ist jetzt sozusagen falsch rum. Früher war das anders, ne? So, äh, keep world and return to main menu. Ne, wir wollen dann play now schon machen, im Endeffekt. Hier sieht man noch die Geschichte, die da war. Und the recenter, äh, play now. Jetzt wird die Welt weggespeichert für die Zukunft. Naja, kann man immer wieder auch neue Ecken auswählen, wo man dann wieder ein Fortress baut. Na, wir sollen mal schauen, wie wir diesmal rumkommen, ne? Ja. Wir werden gleich sehen, wie es da weitergeht. So, Fortress wollen wir machen, ne? Also, der Adventure-Mode ist sogar noch nicht mehr da. Es wird jetzt hier irgendwie so 14 Tage, glaube ich, immer dann die Welt so ein bisschen vorgespult. Ja, genau, so ist es. So, click the map to zoom in and choose your embark location. Wir machen aber auf jeden Fall das Tutorial, weil ich habe mitgekriegt, dass es ein bisschen anders von der Belegung ist. Vielleicht kriege ich das dann mit, weil früher war das so, ja, einfach eigentlich, ne? Okay. Preparing Map. Schauen wir mal. Aber ich wollte da noch nicht hin, ne? Ach, es fängt schon so direkt mit dem Tutorial an. Okay, krass. Ja, dann, wenn das so ist, dann ist das halt so. Dann können wir das auch nicht ändern. Sieht aber ganz erstmal schick aus mit den Menüs und so. Und hier ist unser Karren jetzt, der da tatsächlich schon kaputt ist. Camera Controls 1 bis 8. Move the camera. Ach, wie heißt die? Das ist gefragt mit Move the camera. Haben wir gemacht, okay. Ist ja sehr schön. Und hier sind unsere Zwerge auch zu sehen, auch niedlich. Move the camera up. Ach so, E. Ach so, da gehe ich mit hoch und mit C gehe ich runter. Okay, okay, da bin ich im Erdgeschoss. Alles klar. Aber so gehe ich da auch. Ja, genau. Ich gehe auch mit dem Mausrad kann man das auch machen. Sehr schön. F1 hat gebeten wir uns in den Wagons. F1, ja, da sind wir. Sehr gut. Next, you can zoom in and out. To play the areas in control. Maus wheel. Steuerung. Ah, man kann tatsächlich rein und man kann auch raus. Ja, sehr schön. Ich glaube, wir waren knapp. Dann, nee, so. Na, lassen wir so. Passt schon. Haben wir. Hamba. It's time to get a world. Let's start by digging in stairwell into the ground. There may be plenty of hillsides to dig into, but you'll want to see closely below the surface. Open mining mode. Okay. Hamba. It's warmer stairwell. Uh. Ja, dieses ist, I think, Chorantas is running to the play area. Do I am clicking Hamba? I think there are silver arrays to mine. Stairwell selected. Start at 1 level and are completed at the next. Click the surface. Move the camera down on level and click the underground. Start stairway. Dicke ramp. Start. Aha, jetzt habe ich das. Jetzt gehe ich tiefer und mache dann da. Und dann habe ich jetzt mehrere Bereiche, wo ich das ausheben werde. Anpause. Spacebar. Ja, ja. Finish mining. Jetzt gehen wir mal gerade runter. Home complete 0 auf 20. Okay. Das bedeutet, wir werden jetzt hier mal einfach einen Gang bauen, der nach da geht. Ach so, da sind einzelne Felder, die er nur haben will. Okay. Warte mal, das müssen wir ein bisschen rauszoomen dann. Ist doch zu groß. Ja, man ist diese kleine Fläche von damals noch gewohnt. Okay, das ist noch nicht ganz fertig. Das heißt, wir müssen noch mehr machen davon. Machen wir da noch zwei hin. So, dann werden die zwei auch noch gemacht. Regular mining. Und dann sind wir damit durch. Sehr gut. Das heißt, wir müssen das jetzt hier so handhaben, dass wir den hier auswählen. Place all stockpile left click to choose the corners of the rectangle. Also, so haben wir es jetzt. Ach so, okay. Das heißt, ich hätte es jetzt doch noch nicht. Click in the play area to paint the stockpile. Accept. Okay. Dann machen wir das mal so. Und dann accept. Und was wollen wir all wollen wir haben? Also den da. Und dann, okay. Sie bringen jetzt alles dahin. Das ist schon mal richtig so. So, if I'm busy workers should start unloading the wagon into the stockpile. Ja, ist klar. Refuse stockpile is a good idea to keep your fortress clean. Ja, da muss man noch einen stockpile basteln. Das machen wir jetzt mal hier hin. Und den akzepten wir. Und dann machen wir den für refuse. Wo ist hier refuse? Da. Der ist dann für Müll. Und open. Ja, if the stockpile menu is still open, you can close it now by right-click, right-clicking and always be used to. Okay, alles klar. Fertig. So, der Wagen ist schon leer. Das ist ja schon mal gut. Da unten sind wir auch schon einen Schritt weiter. Da geht's in den Keller. Jetzt brauchen wir den Tree-Felling-Mode. Und dann machen wir hier einfach so ein bisschen Baumfällen. Shop down trees. Machen sie jetzt. Stockpile Wood. Machen wir dann Stockpile für Wood. Left-click to choose corners. Ja, okay. Das heißt, wir machen den mal einfach hier so hin. Da. Und akzepten den. Und dann machen wir für Wood ein. Kann man den auch noch rechts klicken? Ja, klar kann man den rechts klicken. Aber das, was ich eigentlich wollte, hat er nicht gemacht. Früher konnte man dann die Holzarten noch auswählen. Ich weiß nicht, ob das auch noch geht. Stockpile Wood. Now that you have the building materials, it's time to start building. Workshops are on many buildings. You can place with a highlighted build in the button. Click it now. Open Build Mode. Place Carpenters Workshop. Also dann brauchen wir den Tischler. Workshops. Und Carpenter. Da. Dann machen wir den Carpenter mal hier rechts hin. Und der wird aus. Was haben wir denn am meisten? 4, 4, 8, 13. Dann machen wir den hier aus Oliver. Wunderbar. Construct Workshop. Click Workshop. Wird gebaut. Ist jetzt gleich fertig. Wunderbar. Und dann soll ich den Workshop klicken. Und dann. Your industry. Industry. Will be firm. Anitas added to the Workshop. Most episodes. Will add a make bad task. Make bad bin. Bad. Make the bad. Bad. Ich denke der macht das schon. Da sitzt ja schon jemand drin. Und der wird das machen. Oder? Haben wir denn jetzt hier Holz gehabt schon? Kann ich den? Ah naja. Vielleicht darf ich den noch nicht abreißen. Das lassen wir aber besser sein. Place the bad. Okay. Jetzt muss ich das. Bad. Platzieren. Die Furniture Category. Okay. Jetzt bin ich im Stockball. Das will ich ja nicht. Bildmenü. Und dann brauche ich hier. Now that you have a bad. You can place it in the fortress. Let's use a build menu to place it in a room underground. Just like the workshop. Okay. Wir müssen jetzt hier gerade noch mal was ausheben. Weil ich glaube. Das ist jetzt nicht so das. Was wir gerade eben machen wollten. Wir machen das. Ne, 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 ne. Ah, jetzt ist es zu spät. Okay. Wir machen das noch mal. Wir machen das so. Genau. Und machen das so. Genau. Genau. Und jetzt nehmen wir das Bett. Furniture. Wo ist das Bett? Wo ist das Bett? Da oben. Und packen wir es da rein. Ich würde es hier unten gerne hinräumen wollen. Und das da hingebaut. Die räumen schon die Steine weg. Auch cool. Und das Bett wird jetzt da hingestellt, oder? Ja. Okay. Wo ist das gemeint? Buildings. Ist das hier drin? Traps. Trade. Wo meinen die das bitte? Open the citizen information menu. Und das war's wohl nicht. The rest of the interface is now enabled. You can click on creatures and items, just as you can click on buildings, to get more information about them. Click on resident to see their needs, inventory, thoughts, relations and more. You can also access information from the citizen button. Click a citizen or creator. Ach so. Ich soll jetzt ein Kreatur klicken. So. Ah. Close the information sheet. Feel free to pause and check out the... Ja, machen wir mal eine Pause. Ist eine gute Idee. Right click to dismiss the information sheet. Okay. Skilled appraiser. Proficient miner. Okay. Das kann er alles. Sehr schön. 70 Jahre ist er alt. Ist es ein... Mann? Eine Frau? Harmony, fairness. Low stamina, good memory. Ah. Guten Kopf. Okay. Low self-esteem. Intermittent. No physical squat. Nix. Ist nicht in irgendeiner Einheit drin. Acquire objects eaten. Good mean. Ach so. Das sind die letzten Sachen. Oder? Ja. Oder was? Nee. Das hier unten ist es. Ich glaube. She feels satisfied at work. Okay. Right click on the dismissal information sheet. Haben wir gemacht. Okay. Sind wir durch. Dismiss the large red alert. Important. And sometimes urgent information is given as alerts. Ja. You can recenter on certain announcement. Right click to close. This is an example. Urgent. Very important. Your parallel. Ignore them. Okay. Haben wir? Dismiss the large alert. Haben wir? Good. You may need unsupplied before the coming of winter to trade with the automatic. Currents. You must build a trade depot from the build. Gems can cut at the... You need this. Also wir machen das Handelsdepot auf. Workshop. Dann machen wir Crafts. Und dann boulders and row Gems. If you are lucky. Gems can be cut at the Jevilized Workshop and crusten on Crafts. Ja. Okay. Click on the help button. The help button at the top of the screen. Ah. Hier oben ist der. Okay. Interactive controls. Das haben wir completed. Okay. Und hier Information and Guides. Da kann man noch mehr sich angucken. Alles klar. Wunderbar. Losing is fun. Ah. Ja. Genau. More likely you drafts will starve unless... Ja. Das heißt. Wir sind ruhig mit dem Tutorial. Würde ich sagen. Das heißt. Wir bilden jetzt erstmal das Trade Depot. Das bauen wir einfach hier hin. Was haben wir am meisten an Locks hier. Olive ist immer noch das meiste. Aber das müssen wir ja dreimal machen. Genau. Wir bauen am besten noch ein bisschen mehr Holz ab. Chopping Trees. Area rauswählen. Da sollen sie die Trees machen. Wir nehmen die Pause vor allem raus. Dann geht es auch weiter. Das Depot wird gemacht. Dann machen wir Crafts, Crafts, Workshop. Aber wir gehen erstmal tiefer und kümmern uns. Das ist ein bisschen tricky mit dem Ding ins Dach schon. Wir machen hier den Dreiergang. Zu Ende. Und dann machen wir hier erstmal ein paar Betten. Oder Zimmer. Nein. Nein. Pause. Und ich will das wegradieren. Das da. Gut. Und dann können wir weiterlaufen lassen. Und wir machen nochmal das. Und machen das so schick. Da muss ich mich noch dran gewöhnen. Hier. Wie ihr gerade gemerkt habt. So. Zwei. Vier. Fünf. Passt. Passt. Sieben Zwerge. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ich glaube jetzt ist erstmal gut. Da machen wir einen Zweiergang. Hier machen wir auch noch einen Zweiergang. Und wir machen hier noch eine Treppe mehr hin. Also die sollten wir vielleicht auch wohl. Also da muss ich jetzt nach oben. Und jetzt habe ich das richtig gemacht glaube ich. Also C war nach unten. Da muss ich auch noch gucken. Ja sieht so aus als ob er das jetzt mal ausbuddelt. Und jetzt müssen wir hier unten noch weitere Räumlichkeiten machen denke ich. Und lass uns mal das hier so machen. Dann gehen wir wieder einen runter. Und buddeln erstmal den Hauptgang hier so ein bisschen wieder aus. Den wir schon immer so hatten. Und dann. Hör das noch mit. Wenn du Shift drückst und nach links gehst, ging das früher 10. Macht er nicht oder? Oder war Steuerung? Ne. Zwei, vier, sechs, acht, zehn. Drei, sechs, neun, zehn. Jetzt haben wir da einen schönen großen Raum. Und da machen wir das. Okay. Er buddelt alleine hier. Das ist ja auch nicht so schön. Jetzt haben wir hier auf jeden Fall einen der größeren Räume schon gebastelt. Jetzt müssen wir mal gucken. Zwei, vier, sechs, acht, zehn. Passt. Passt. Jetzt haben wir da schon mal zwei große Räume. Da können wir Crafts drinnen machen auf jeden Fall. Hier müssen wir aufpassen mit dem Wasser. Da unten ist auch nochmal Wasser. Okay. Ich sehe gerade wir haben hier was falsch gemacht. Radiergummi raus. Das passt nicht. Das mache ich nochmal weg. Weil das passt hier nicht. Und dann passt das natürlich auch nicht. Ich habe es tatsächlich gerade eine Runde zu weit nach da gemacht. Weil hier muss eine Mauer bleiben und da muss eine Mauer bleiben. Und wir haben ja dreimal drei, ne? So, und jetzt haben wir das nochmal. Drei, vier, fünf. Warte mal, war das früher elf oder? Ah, ist egal. Wir machen das so. Das passt dann schon vierer. Und da ist es... Das waren nur neun Felder dann, ne? Kann das sein? Stopp, stopp, stopp. Schnell das Radiergummi raus. Das machen wir auch nochmal. Gut, dann machen wir das definitiv so mit dem Radiergummi. Passt schon. Wir werden neun mal neun Felder machen dann. Dann gefällt mir das auch mit der Synchron... Ja, ihr wisst schon, was ich meine. So, jetzt nochmal das Ganze. Doch hier runter. Jetzt haben wir zwei, vier, sechs, sieben. Warte mal, jetzt ist hier definitiv zwei, vier, zwei, vier. Passt. So, und jetzt nochmal das Ganze hier links. Das sind wieder neun Felder, ne? Und dann ist das hier. Ja, jetzt ist gut. Okay, das heißt, das läuft. Jetzt müssen wir einen Shop da reinbauen. Workshop. Crafts Workshop. Wo finde ich den? Da unten. Und den will ich hier reinbauen. Und wir machen diesmal aus dem Material das. Und das passt schon mal. Und dann bauen die das, ne? Das läuft erstmal. Aber, wie wir sehen, sind wir ja jetzt schon mal hier ziemlich gut unterwegs. Wir haben unser Lager, wir haben das Depot, wir haben hier den Mülllager. Da kommt Holz rein. Wieso ist hier? Da müssen wir hier Ausnahme machen. Das machen wir in der nächsten Folge. Aber, sag ich mal, hier müssen wir das Holz wieder raushaben. Das ist ja falsch da. Wir wollen auch keine Steine hier drin wagen. Dieses All-Bar nicht so prickeln. Das müssen wir umändern, sag ich mal. Und das machen wir alles in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine Ohren habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt ihr damit, wer das nächste Video hochladet. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video von einem Kanal teilen. Wir sehen uns das nächste Mal. Ciao.